Don Ivor und Nota, euer heutiger Auftrag ist es, im feindlichen Gebiet sämtliche Spieltrupps und Alarmbosten zu eliminieren, den Feind auszuerschen und ohne eigenen Schaden das Gefängnis zu verlassen. Eure Auslustung besteht auf zwei Fallschirme, zwei Funkgeräten und zwei M16-Sturmgewerden, eine Panzerfaust-Suppirant-Granaten und eine AK-47. Viel Erfolg Männer, ich verlass mich auf euch. Okay, Nolen, du nimmst das eine Sturmgewehr, ich nehm die AK-47 und die Panzerfaust und spring als erstes, Alter. Ey, Mann, ich nehm die verkackte AK-47. Ey, Mann, laber doch nicht rum, Alter. Ich schieß doch schon seit Jahren mit der Scheißwaffe. Ich kenn mich doch viel besser damit aus, weil ich nehm die AK-47, weiß ich. Na, okay, dann geh du vor, Mann. Ja, Mann, ich spring als erstes, okay, pass. Dann los. Okay, Mann, ich spring jetzt, Alter. Komm aber sofort nach mir, okay, Mann? Ja, Mann. Ja, okay. Ja, okay, jetzt komm ich. Und TAR! Ja, okay, jetzt komm ich. Scheiße, Piet Manz ist da hinten im Flosser-Koffen. Hey, no, wir sind jetzt allein. Mann, geh in Deckung, sonst schießen wir dir ins Bein. Lauf los da zum verschossenen LKW. Ja, auf der Lichtung, ich geb dir Feuerschutz mit dem MG. Weil dich sonst fitten die mich. Außerdem hat eine Waffe Ladehemmungen funktioniert nicht. Scheiße, Mann, schieß, schieß, schieß jetzt endlich. Ich lauf weiter und such Stellung hinter Bäumen, um meine Waffe neu zu laden. Doch das scheiß liegt mich nicht. Ich muss nur darum Hilfe fragen. Scheiße, Mann, wo ist das fucking Funkgerät, Mann? Ah, ja, hier, ist es okay, Mann. Ich muss jetzt locker bleiben, Alter. Okay. Skorpion an Löwe. Skorpion an Löwe. Löwe, bitte kommen. Hey, ihr Löwe, was los, Skorpion? Ende. Skorpion hat Stellung bezogen, hat Probleme mit seiner M16. Komm rüber und tote, alles, Ende. Rüber kommen, alle töten, hat verstanden, Ende. Lade meine Waffe und betrete das Gelände. Yo, Iber, ich befinde mich jetzt hier unten beim Fluss. Den einen von den beiden Bigsern, den lege ich mit gezielten Kopfschuss. Verdammt, ich hab den anderen Bastard nicht richtig getroffen. Hat er sich verpisst oder ist er im Fluss ersoffen? Scheiß drauf, hab keine Zeit, mich mit dem Mongo zu beschäftigen. Iber braucht bestimmt meine Hilfe, ich muss ihm den Rücken kräftigen. Schüsse aus dem Wald, doch ich kann Iber nirgends sehen. Lauf rüber zu den Bäumen, schieß mit der M16. Überrennen ganzes Dorf, werdet mit Kugeln gefüttert. Vergewaltigen die Frauen, hinterlassen meinde Mütter. Kennen keine Rücksicht auf Hohen, Kinder werden geschändet. Danach wird ihr da sein, mitten im Gladenschutz beendet. Bevor ich weiter ziehe, werfe ich ne Blick auf die Karte. Yo, Iber, ich werd am vereinbarten Treffung, auf dich warten, Ende. Hab verstanden, am vereinbarten Treffung, auf dich warten, Ende. Ich überprüfe meine Gunnen und insichere meine Granaten. Schränk aus der Stellung, verstehe kugelkageln. Lauf den Seenbaum und schieb auf die Arme. So viel Blut, so viel Leichen. Ich benutze feindlichen Warten, um Terror zu machen. Um den Sieg zu schaffen, ich bin zwar angeschossen, doch kann es nicht lassen. Krieg die Panzerfaust zu fassen und schließt auf feindliche Panzerspähtruppen. Die Wächter wollen nicht lassen, wollen unsere Einheit plätten. Doch Nola und Iber sind gut ausgebildet und werden das deutsche Volk retten. Vor dem Untergang mit der besten Bewassnung, zieh ich durch Stadt und Land. Wir haben mehr Psychopathen in der Crew, als Saddam Hussein. Meine Soldaten sind blutgeil und die Derbskampfmaschinen. Seh mich deine Spätrums, sollen sie besser fliehen. Denn meine Scharfschützen werden eure Crew besiegen. Wir werden weiterziehen, nur ihr bleibt tot, liegen. Okay Mann, erstmal nur die Anfragen, Alter. Skorpionruf Löwe, bitte kommen. Skorpionruf Löwe, bitte kommen. Ey, was los lieber, wo willst du? Ende. Hab den ersten Spätrupp eliminiert und geh jetzt nordwestlich vom Zielobjekt. Ende, Ende. Geh nicht weiter Richtung Ost, mir wär ich von mir nach verreckt. Hab anschließend das ganze Gebiet mit Giftgas eingedeckt. In Kungelhagel stehst, was heißt am Leben zu sein? Schwillen Muskeln meines Körpers, am Brot an meinem Bein. Einer von dem Bastard hat meine Fahne durchschossen. Auf der Seite des Gegners muss ich auch berufen. Legt auf euch an und dann gibt es Dauerfeuer. Legt euch mit uns an, stehen kommt zu euch teuer. Auge in Auge mit dem Feind, wo wir ankommen, gib Stoße. Kann mir ein Gerissen nicht verbreiten, wenn ich deine Crew wegkroße. Einer nach dem anderen wird gnadenlos erledigt. Aber am Eingang seines Dorfes wird die Kluhlamm verewigt. Mann, Iba und ich, wir machen keine Gefangenen. Stoß nicht eine Grube unter diesen Schlagdritt. Iba und ich, wir kämpfen bis zum bitteren Ende. Am Hubschrauber bestellt und verlass jetzt das Gelände. Ende. Mit MP4 halte, schleiche ich das Gelände. Stellung hinter zerschossenen Wänden und schieße zurück. Der Kampf muss weitergehen, der meint ist nur noch Pister. Doch ich kann meine Feinde sehen und sie zur Strecke bringen. Kugelzeihung von meiner Rackern. Und 40 Wände in eure Körper eindringen und euch früher oder später zum Sterben zwingen. Handgranat an meiner Weste. Fliegen in eure Stellung, was ich mitweist des Restes. Yeah, man, die Wichsern sind alle tote, Alter. Yeah, ich hab sie alle platt gemacht, Mann. Jetzt schnell zum Helikopter. Mann, Loda, Loda, flieg nicht ohne mich, du Wichser. Flieg nicht ohne mich. Ich hab sie alle platt gemacht. Ich hab sie alle getötet. Keiner ist mehr ruhig geblieben. Ah! Ah! Ah!